Es ist die Premiere des Sommers 2013. Die Wirkstürmer. Der gebürtige Fonsdorfer Andreas Schmid gibt mit dieser Arbeiterkomödie sein Kinodebüt und gefeiert wurde dieses vor kurzem im Dieselkino Fonsdorf. Ein charmantes Schlitzohr, eine aufmüpfige Gewerkschaftsanwältin und der steirische Erzberg sind die perfekten Zutaten für diese gelungene Komödie. Mit dabei in Fonsdorf waren natürlich die beiden Hauptdarsteller Hilde Dalig und Michael Ostrowski sowie Produzent Alexander Klär. Mir war besonders wichtig, dass die Menschen, die sich von hier und aus der Steiermark wiedererkennen im Film. Ich glaube, das haben wir ziemlich gut hinkriegt. Ich meine, wie Michael Ostrowski sich zu identifizieren, ist, glaube ich, nicht das Schwerste. Und was mir wichtig war, ist einfach auch, meinem Vater und meiner Mutter und den Menschen von da, wo ich her bin, so ein kleines Denkmal zu setzen. Also ich bin ein Steuerarbeiterkind und mein Vater ist gerade in Pension gegangen, war im Waldzberg in Junburg und ich glaube, dass das der Film ein bisschen tut, dass er zeigt, dass die Leute da sehr viel Herz haben, sehr viel Humor und sehr viel Intelligenz und das, glaube ich, sieht man in dem Film. Ich finde, der ganze Film ist ein schönes Werk geworden, aber das liegt am Andreas Schmidt und an vielen anderen Menschen, die da sehr gut mitgearbeitet haben und die mit vollstem Enthusiasmus dabei waren. Und deswegen ist es das geworden, was es ist. Jetzt kann ich meine eigene Leistung gar nicht mehr so beurteilen, weil es eine schöne Gemeinschaftsarbeit ist. Es ist so, dass ich mit Werkstürmern, dass ich nur ein ausgereichter Bälle schaffen würde, dass ich mit Werkstürmern einfach das Gefühl gehabt habe, dass es lustig wäre, einmal ein bisschen einen anderen Typen zu spielen, nämlich einen, der auch sozusagen kämpft um seine Liebe und so und ums Werk und da habe ich mir gedacht, das ist ein schönes Buch und ein lustiger Film gleichzeitig, ja, sollte ich machen. Okay, wenn du sagst einen anderen Typen, das heißt, du bist privat nicht so? Wie du siehst, kann ich privat auch ganz anders sein. Ich habe mehrere Facetten an mir, ich kann alles spielen und ich möchte mich jetzt ein bisschen weiterentwickeln. Gedreht wurde ja in der Steiermark auch etwas Besonderes, glaube ich, oder? Ja, ich habe schon ein paar Filme in der Steiermark gerade ehrlich gesagt und ich finde das auch wichtig, weil wenn man Geschichten schreibt, von wo man herkommt, dann hat man meistens auch etwas zu erzählen und insofern ist es für mich keine große Überraschung, aber ich finde es super, dass sich da fast eine eigene Filmkultur entwickelt hat über die letzten Jahre. Okay, welches Projekt steht bei dir als nächstes an? Gibt es schon eine Idee? Ich werde mir eine komplette Körperumformung jetzt einmal in Marokko machen lassen und nachher gehe ich auf Weltreise. Okay, und dann bist du Michaela. Und dann heiße ich Michaela Ostrovskaya. Warum? Also es kommt manchmal ein Buch daher und da weiß man einfach, das sollte man machen. Und Andreas hat das relativ glaubhaft verkaufen können und man hat irgendwie gemerkt, das ist ein Maler, der von der Farbe spricht. Und dann haben wir eben seit drei Jahren arbeiten wir jetzt an dem Ding und jetzt ist es endlich fertig, Gott sei Dank. Was? Du, äh, ja? Die Babs. Was ist mit der Babs? Die Babs kommt übrigens auch. Was, die Babs kommt? Heute? Das ist die Babs. Es ist Patrick Angeras großer Auftritt. Er und seine Kollegen bestreiken schon länger ihr Stahlwerk, weil die Lohnverhandlungen stocken. Denn der Gewerkschaftsführer, der extra aus der Zentrale aus Wien angereist ist, ist auch nicht mehr als ein Genosse der Bosse. Ach so, damit das Waffel der Super ist oder was? Aber sicher nicht. Sicher. Ja, sicher nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Hey, sag du ihr das, die ist bitte nicht einmal bei uns dabei gestanden in der Mauer hinten. Siehst du das? Gewerkschaftsaktion. Ja, ich bin der liebe Kapitän. Mann, da bin ich jetzt in ein kapitalisches fetten Empfinden getreten, das tut mir aufrichtig leid, nichts für ungut. Passt schon. Ich habe auch mal Fußball gespielt. Ah, wirklich? Mhm. Bodenleicht. Bei der Austria. Dann fuck, echt? Echt, ja. Reserve. Und am PNZ war ich auch. Ja, Respekt. Was ist denn passiert? Bitte? Wo sind es denn Falschabungen im Leben? Die Werkstimmer sorgt für den lustigen Sommer 2013.